Yo Leute, willkommen zur nächsten Hexit-Folge. Ich geh mal auf den Server und heute schauen wir mal, dass ich hier noch ein bisschen weiterkomme. Mit der Wand und so. Und warum hab ich hier noch 40 übrig? Ich dachte, es hat sich nachgelegt und... Ach nee, wahrscheinlich... Ja gut, kann schon sein, dass ich die übrig hab. Gut. Egal, ähm... Ich muss mal hier schauen. Hier wollte ich auch noch den Boden rausmachen. Gibt's eigentlich auch andere Marble... Also... Äh, andersfarbige Marble Bricks? Das weiß ich gar nicht. Ich glaube, ich hatte die auch schon mal in anderer Farbe gesehen. Ich kann ja auch mal mit Sandstein arbeiten, hat Streetmaster mir empfohlen. Ähm... Brick. So. Ah, da muss ich mir so einen Chisel machen. Ah ja, hier genau, da gab's ja diese Diamond Bricks und so. Die kann man alle nur mit Chisel bauen, ne? Ah, da hätte ich eigentlich auch mal Bock drauf. Da kann man auch mal eine Wand rausbauen. Da hier so grün... Was ist das eigentlich? Slime Brick. Ach so. Kann man dann nochmal weiter verarbeiten. Genauso wie hier. Fancy Obsidian Brick. Ach so. Na gut, ähm... Ich sollte mir mal so einen Chisel bauen. Ich denke mal, aus Stein reicht der, oder? Ist ja eigentlich egal, oder? Hier ist dann einfach so ein Eisenschüssel. Sollte doch eigentlich gehen. Also ich glaube, es ist immer dasselbe. Vielleicht geht der auch noch aus Eisen. Hm, keine Ahnung. Muss ich mal gucken. So, ich kann mir mal so einen bauen. Ah, ich hatte schon mal so einen, ne? Ich weiß nur nicht mehr wo. Chisel. Ja genau, so wird er geschrieben. Aber ich glaube, den habe ich irgendwann mal verloren, ne? Ich habe ja auch schon öfter mal Items verloren. Ich glaube, das gehört da auch dazu. Ich hatte nämlich schon mal danach gesucht. Und nicht gefunden. Äh, sehr schade auf jeden Fall. Oh. Ja gut. Kann man mal machen. Ja. Finden wir jetzt nicht. Da muss ich nochmal gucken. Ähm. Paper Chisel Head. Kann man sogar aus Papier machen. Knochen Iron. Okay. Chisel Headcast. Hab ich den. Boah, ich muss mal gucken. Ne, warte mal. Stimmt, da brauche ich ja nur das hier anklicken. Und dann kann ich ja nachgucken. Vielleicht hat Streety den ja. Vielleicht auch aus Holz. Das wäre mir egal. Oder warte mal. Vielleicht habe ich den sogar. In der Tinkers Kiste. Könnte ich mir vorstellen. Ne, habe ich nicht. Ja, da muss ich mal bei Streety gucken. Der kann den auf jeden Fall haben. Oh. Ich habe schon, also es ist schon wieder Nacht. Hier haben wir schön abernten nebenbei. So, dann schaue ich hier nochmal. Der hat auf jeden Fall einen. Also einen fertigen Chisel, aber den hat er im Inventar nur. So, deswegen kann ich da jetzt nicht ran. Er muss ja den Kopf noch haben oder irgendwas. Womit er das gemacht hat. Hier hat er auf jeden Fall seinen Keller ausgebaut, ne. Oh, warte mal. Was ist denn da? Oh, nice. Ein Stone Chisel. Achso, und die unterscheiden sich dann nur von den, ähm, von der Abnutzung. Dann werde ich mir einen Eisernen machen. Okay. Aber wie ich ihn einfach gefunden habe, ne. Erst sage ich so, ja, okay, das ist in seinem Inventar und dann hängt er da einfach rum. So richtig wie auf dem Präsentierteller. Keine Ahnung. So. Geh erst mal schlafen. So. Na gut, dann muss ich mir mal so ein Chiselhead machen. Wie macht man das? Boah, ich bin schon wieder so raus aus Tinkers Construct. Ich habe es schon wieder vergessen. Wie man das macht. Ähm. Ach stimmt, da brauchen wir ja irgendwo so ein Partbilder oder so ein Schrott. Und ich habe schon wieder hier Aufwendungen betreiben. War das hier mit? Hä, nee. Oder? Doch. Hä? Nö. Oder? Keine noch zehnmal Fragen. Kriege immer noch keine Antwort. So, Moment. Hier ist Two Station. Damit war es bestimmt. Nee, Moment. Hä? Aber damit konnte ich den bauen. Das ist gut. So. Dann tue ich der eine mal weg. Hier haben wir noch so eine Pattern Chest. Habe ich nicht so einen Chisel Pattern? Ah, ich muss erst mal... Ich brauche erst mal so eine Clear Pattern. Warte mal. Ah, ich vergesse das immer, dass man da einfach Rechtsklick machen kann. So. Die geht ja aus Brucewood und Sticks. Beziehungsweise Holz und Sticks. Einfach nur. Okay. Dann so und... So hoffentlich. Okay. Sechs Stück mache ich mir mal. Damit wir ein bisschen... Dings haben. Ein bisschen Spielraum. Dann gehe ich erst mal hoch. Dann würde ich mir mal... Eisen mitnehmen. Oder nee, erst mal Stein. Und Eisen muss ich ja dann gießen. Beziehungsweise ich kann natürlich auch Manulin machen. Wenn es denn so einen gibt. Ah, ey, jedes Mal schreibe ich falsch. Ja, Manulin... Äh, nee, Obsidian gibt's. Ah, Manulin gibt's auch. Okay, gut. Dann mache ich mir so einen. Und... Wo war denn jetzt das Tinkers-Zeug? Ich glaube, da vorne. Nee, Moment. Ah, wo hatte ich denn das vorher immer gemacht? Ja, ich brauche jetzt dieses Gerät, wo ich klicken kann. Wo war denn das? Mit dem Klicken. Ach, hier war das Klicken. Gut. Dann lege ich mal eine von mir dazu. Next Pattern. Ist das der Chisel? Nee. Sieht denn das aus? Ach so sieht das aus. Okay. Brauche ich ja einfach nur rechts gucken. Chisel Head Pattern. Okay. Dann nehme ich das mal mit. Beziehungsweise warum mache ich das so? Ich kann doch hier gleich ran. So, ähm... Ach nee. Ach gut, doch. Es geht. Ich dachte schon, es geht nicht. Okay. Stone Chisel Head. Dann gehe ich zum Dings. Ja, ich komme halt am Anfang von Tinkers Construct immer durcheinander mit den ganzen Gerätschaften da. Keine Ahnung. Das nervt immer ziemlich. So, dann habe ich natürlich... Oh, ich habe Gold gerade unten. Das ist sehr gut. Manchmal habe ich echt Glück. So, Moment. Ich dachte schon, ich habe da Kohle reingelegt jetzt. Aber nee. Gut, dann mache ich mir das mal kurz. Und dann kann ich mir meine Lulinschisel machen. So. Dann tue ich aber jetzt das andere wieder rein. Und das hier ist sowieso Müll. Ach, was mache ich denn? So. Und... Ja. Liegt hier noch was? Ach, jetzt werfe ich jetzt mal den Chisel weg. Achso, nee. Den brauchen wir eigentlich auch nicht mehr. Stimmt. Dann haben wir jetzt das hier. Und jetzt muss ich natürlich erst mal Menülin holen. Das werde ich wahrscheinlich hier irgendwie reintun. Ach nee, er hat ja auch noch übelst viel Eisen hier drin. Na toll. Ach, scheiße, Mann. Wie mache ich denn das jetzt? Muss ich mir einen aus Gold machen. Ach, ein Chisel. Ach, da muss ich erst mal alles hier abgießen. Ach, toll. Wie mache ich denn das jetzt? Da muss ich mir doch einen Eisernen machen. Einfach aus Streets Sachen. Ja, geht jetzt nicht anders. Wir können uns ja später noch einen aus Menülin machen. Wir haben jetzt erst mal die Form. Das kann uns ja keiner mehr nehmen, jetzt sage ich mal. Ja. So wie Revolverheld oder so. Die haben das ja auch gesungen. Ja, okay. Dann schaue ich mal. Gehe ich nochmal zu Streetie. Weil ich habe selbst keine Geräte von Tinkers Construct. Müsste ich mir mal irgendwo hinstellen. Das wäre eigentlich auch mal sinnvoll. Bevor ich ja alles mit Bibliocraft zuschustere. Erstmal sowas hier, ne? So, Moment. Hier haben wir den Chisel. Ich hoffe, da kann ich einfach einen Stick nehmen. Ach, Mann. Ich verklick mich nur noch. So. Okay. Geht das so. Und so. Ja. Perfekt. Reinforced One. Kann man sogar reinforcen. Und essen. Sehr schön. Ähm. Kann man hier zum Beispiel was machen? Äh. Geht nicht. Geht das? Äh. Ich glaube, das geht eh nur so. Muss man mal aufpassen. Und jetzt Sand. Äh. Stone müsste aber gehen, ne? Oder ne. Ich suche einfach mal nach Brick. Ähm. Lapis Brick. Okay. Ja. Muss ich nochmal um mich entscheiden. Das mache ich dann im Stream, ne? Da werde ich mir dann so Brick suchen. Ich gucke nochmal mit Cobble. Geht da was? Ne. Hätte ja sein können, dass irgendwas geht, was ich gerade im Inventar habe zufällig. Ich glaube nicht. Ähm. Mossy Maystone Brick. Okay. Ja. Slime. Äh. Einen Slime könnte ich mir eigentlich mal holen. Da habe ich hier so Slime Bricks. Die sehen eigentlich ganz cool aus. So. Sind so schön farbenkräftig. Natterrack Brick. Oh. Äh. Hä? Wie geht denn der? Hä? Wie geht denn der Natterrack Brick? Ach, den kann man sich nicht craften. Ach so. Toll. Alles, was ich gerade dabei habe, kann ich mir nicht craften. Ah. Mit Eisen. Mit einem Eisenbarren geht das. Aha. Probier ich mal. Okay. Ja. Aber das sieht ja genauso aus wie der Marble, ne? Brauchen wir ja auch nicht. So. Ähm. Moment. Ich muss mal hier das Ding essen. Sonst bin ich zu fett. So. Okay. Gut. Egal. Dann gehe ich mal rüber. Und dann wäre es das auch schon gewesen. Von der Folge. Ich kann ja nochmal, äh. Kurz rüber gehen. Und nochmal einmal. Gold abholen. Hier raus. Also rausgießen. Ich glaube, jetzt brauchen wir das nicht mehr. Ich werde jetzt ja erstmal alles, äh. Ja. Verfestigen. Und das muss ich liegen lassen. Und dann kann ich irgendwo den Schisse hinwerfen. Am besten auf den Goldblock. Und dann mache ich einen Thumbnair. Das mache ich offscreen wieder. Weil sonst gibt es ja wieder Probleme, ne? So. Aber das mache ich dann so ungefähr. Kann ich ja schon mal aufbauen. Hm. Wo stelle ich denn das mal hin? Komm hier. Dass man noch die Kiste so sieht im Hintergrund. Die Bonzenkiste. So. Ja. So ungefähr mache ich das. Okay. Dann. Bis später. Und tschüss. biss bäß. 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 Untertitelung des ZDF, 2020